Jo! Wir sind wieder bei Schlechte Helden. Mein Name ist David Jonas Frey und wir schauen uns heute eine schöne Szene an. Und da habe ich Regie geführt. Wir haben drei Regisseure gehabt. Ich habe nur wenige Szenen Regie geführt, da ich ja der Hauptdarsteller war. Und hier spiele ich nicht mit und konnte Regie führen. Und es hat funktioniert. Ah, ein wunderschöner Schwenk natürlich. Und hier sehen wir den Andreas Klinger, der einer der Gangster spielt. Woher hat es denn eine Gruppe? Ja, auch nur für einen Häfen. Was für die Gruppe? Was spricht Deutsch? Vier Leute. Was für die Leute in einem Wagen. Wie viele Leute? Ja, das ist Tom Pilat. Der spielt den linken Gangster. Und Silat Bernay spielt den anderen. Und was ich toll finde, man versteht sie nicht. Und das Spiel zwischen den dreien funktioniert hervorragend. Und der arme Andreas Klinger als Bernd, der Boss in der Mitte, ist wirklich sehr aufgelöst. Seine Firma, seine Mitarbeiter sind nicht immer die Besten. Sie haben versucht, ihn zu verstecken. Einen Tausend Euro. Was? Einen Tausend Euro? Oder was? Ich habe nie gedacht. Ah, Tausend Euro. Das habe ich doch. Aber, äh, okay. Was? Wie hoch? Ich verstehe dich nicht. Nee, doofe. Ja. Ja, wie finde ich mein Lama ist die große Frage. Schaut ihn euch an auf Amazon Prime. Und bis bald mal wieder.